Wir hier bei Hermes bauen komplette Reinigungsanlagen für die Fassadenreinigung von der Schmutzwassermatte bis zur Wasseraufbereitung. Mir macht an der Arbeit hier am meisten Spaß, dass ich meine eigenen Ideen einbringen darf, verschiedene Systeme testen darf, Prototypen bauen darf. Diese Tüftelei an den Anlagen, das ist genau das, was mir am meisten Spaß macht. Ja, meine Aufgaben bei Hermes sind hauptsächlich die Produktentwicklung, sprich Neuentwicklung, legen viel Wert auf Innovation. Gleichermaßen bin ich aber auch dafür zuständig, die bestehenden Anlagen zu bearbeiten. Also einen typischen Tagesablauf gibt es eigentlich so gesehen nicht. Es ist eigentlich jeder Tag anders. Es kommt immer etwas Neues auf mich zu. Das ist auch irgendwo das Interessante am Job. Das Besondere an Hermes ist, dass wir sowohl die Technik als auch die Reinigungsmittel aus einer Hand bieten und somit unseren Kunden einen deutlichen Mehrwert an die Hand geben können. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg, habe da bei einem weltweit tätigen Chemiegroßhandel gearbeitet, bin jetzt hier ins Sauerland gezogen. Beim Großkonzern ist man halt ja eigentlich nur eine Nummer, kennt man sich flüchtig. Ja und hier ist halt alles bei Hermes ein bisschen familiärer und wie gesagt, man wird mehr mit einbezogen und das, was hier definitiv schöner ist als bei einem Großkonzern. Wir haben Kunden in ganz Europa. Wir arbeiten mit Kunden in Österreich, in der Schweiz, Ungarn zusammen und in der Slowakei. Ich arbeite sehr gerne bei der Firma Hermes, weil das hier ziemlich familiär ist. Das macht jeden Tag Spaß hier hinzukommen und ich möchte am liebsten hier hin kommen bis zur Rente. Mein Name ist Sebastian Hermes und ich bin der Gründer der Firma Hermes Wasserabendreinigung. Wir werden Weltmarktführer, weil wir ein unschlagbar geiles Team haben. Angefangen von der Konstruktion über das Marketing, über die Buchhaltung, über die Verwaltung. Es passt hier einfach jedes Rad in das andere und das macht unheimlich Freude. Uns als Arbeitgeber ist besonders wichtig, dass unsere Mitarbeiter jeden Tag gut gelaunt zur Arbeit kommen, Spaß haben und ja einfach Spaß haben. Mit dem Hinblick auf die ganzen Projekte, auf die technischen Projekte und die chemischen Projekte, die wir jetzt gerade anschieben, weiß ich, dass das ein richtig spannendes Thema ist, wo wir noch ganz, ganz viel erwarten können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.